Jeder ist herzlich und freundlich und man fühlt sich geborgen und aufgehoben. Ganz egal, ob es, wie gesagt, die hübsche Assistentin ist oder ob es der Arzt ist. Alle nehmen sich an, man fühlt sich nicht als eine Nummer, sondern man fühlt sich wirklich als einzelne Person, die beachtet wird und die aufgenommen wird. Freundlich und fürsorglich. Freundlich und fürsorglich. Freundlich und при Freundlich und lauricher. Athlet qualities, Freundlich.